Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von Ruby Krim Eclipse. Ja, ich bringe heute eine Folge von Ruby raus, weil ich es gerade nicht mehr schaffe, heute noch Tales of Perseria zu rendern, was mir sehr sehr leid tut, aber das dauert halt etwas länger, weil die Dateien von Tales of Perseria bei weitem größer sind als von anderen Spielen und ja. Na ja, wir fangen mal eben ganz kurz an und ich würde sagen, wir spielen als erstes mit Ruby. Ich habe schon mal mit Blake gespielt, einmal ganz kurz, bei meinem Tutorial-Video. Will auch mit alle irgendwann mal spielen, vielleicht mache ich da auch ein Let's Play draus, jetzt vorerst ist es nur mal ein Gameplay-Video. Also es ist kein Gameplay-Video. Ja, doch irgendwie schon, es ist halt ein Gameplay-Video mit, ähm, während ich spreche. Also es ist nicht wirklich ein Let's Play, sondern eher so eine einmalige Folge. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Let's Play von dem Spiel sehen wollt, dann werde ich nämlich ein Spiel machen. Ich werde jetzt alles überspringen und ja, ich muss mal gucken. Okay, so schießt man, gut. Äh, wer Ruby nicht kennt, ist ein Anime. Okay, so schießt man, gut. Ja, und ich, ich weiß gerade nicht, wie ich so im Spiel bin, ich weiß noch nicht, ob das gut ist, wie ich das mache, weil ich eben das Spiel, äh, nicht so oft gespielt habe. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich Ausweichen und das ist gar nichts. Okay, da ist anscheinend was drin. Okay, das ist stark. Alter. Das ist das, okay. Lol, ich bin gestorben. Haha. Ja, okay, äh, wir können es sicher noch mal mit einem anderen Charakter versuchen, denke ich mal. Okay, dann kämpfen wir jetzt mal mit Young. Play. Okay. Okay, ja, ähm, sie hat so was ähnliches wie eine Shotgun. Genau, geht's das, okay. 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 Das war's. Ja, das sagt er jetzt immer. Ja, das sagt er. Oh Gott, dann habe ich übersehen. Okay, da ist er. Da müssen wir jetzt hin. Okay, ich würde da was sagen, wir sterben jetzt mal. Ja, das wird die anderen zwei Charakter auch noch sehen können. Dr. Uplik is always looking to expand Beacons collection. Kitty Glove, they're coming off. Also kann man den dann daumeln lassen, wenn man rechtzeitig B drückt. B ist wahrscheinlich so blocken oder so. Ja, jetzt kämpfen wir mal mit Weiß und dann kämpfen wir mit Blake, beziehungsweise Black heißt die eigentlich, weil Ruby bezieht sich ja eigentlich auf die Farben Red, White, Black and Yellow. Also, also R-W-P-Y heißt das Spiel ja, Ruby. Und ja. Ich finde aber trailermäßig ihren Trailer am besten. Ja, Weiß. Okay, was kann die? Okay. Ah ja, das ist die Magierin gewesen, genau. Hallo, jetzt fangen wir gleich da an. Schade. Und ja, das ist die Magierin gewesen. Okay. Also das Spiel könnte echt spaßig sein. Nevermind. Definde das Kontrollcenter, während ich die Schmerzen mache. Make sure your weapons are loaded and your mustache wax is dosed. This boot get hurt. Okay, ich würde sagen ich sterbe jetzt wieder. Gut, weil dann können wir gleich den Charakter wechseln auf Black. Und wenn uns Black da nicht so gefällt, dann werde ich wieder mit Red machen, weil aktuell hat die mir am besten gefallen. Ich habe nur zuerst nicht gecheckt, was das... was das Ding sein soll, das ähm... B. Ja. Weil da steht manchmal B über den Gegner drüber, dann habe ich B gespammt und zu viel Leben verloren. Ja. 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 Ich habe leider zu schnell A gedrückt und dadurch bin ich dann wieder auf Play gekommen. Black. Die hat Beitschen. Eine doch nicht, die hat ein Schwert. Okay, da gibt's nochmal XP. Dass der das immer wieder labern muss. Das ist einfach schon vorher. Keine Ahnung. Das ist einfach schon. Keine Ahnung. Die Kontrollverläuten während ich nicht die Schmerzen mache. Die Schmerzen sind sicher, dass deine Weapons getrennt und dein Muckstack ist stöhnt. Das ist ein Fugiterium. Studenten, wir sind eine Karte der Weg da. Gebt das gute Arbeit. Red gefällt mir am besten, also Ruby heißt die ja da in dem Game, beziehungsweise ihr Name ist ja auch Ruby im Anime. Okay, also ich würde sagen, kampfmäßig Ruby, Blake, Young und dann Weiß. Die hat auch so eine geile Sense, ich stehe auf die Sense, das ist ja im Prinzip eine volle Sniper Sense, ich habe ja gesagt, ich werde das Video reinschneiden, also den Trailer von Red. Red like roses fell. Schnell's my dreams and brings me to the place you rest White is cold and always yearning Burdened by a royal test Black the beast descends from shadows Yellow beauty Gold 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, ich mache das Video 25 Minuten lang. Das war's für heute. 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 Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, God. Oh, God. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, der hat viel Leben. Das war's für heute. Oh, Gott. 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 War das schwer. Ja. Oh, Gott. bei einem der nächsten Videos wieder ein. Ciao!